Ja, hallo zusammen auf unserem Weg gen Norden mit Alterniline in der Welt von Wulzen, die immer noch im Alpha-Status ist. Aber das soll sich ja bald ändern. Ich hoffe wirklich sehr bald. Jetzt aktuell sind wir auf dem Weg zu so einem bösen, bösen roten Schrein oder wie auch immer wir hier die Dinger nennen wollen. Äh, ne, irgendeinem Ver... Ver, 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 ihr wisst schon, verdorben. Das war das Wort, was ich suchte und was auch da stand, wie mir dann einfiel. Alter, was kannst du einstecken? Ist jetzt mal gut. So. So. Was macht hier so gut wie gar nichts, was? Da ist hier schon mehr. So. Schön ausschalten, hatte ich schön aus der Distanz. Das ist ja auch so die Idee für einen Jäger. Mhm. Ich hoffe, ich komme da auf dem Weg auch hin. So. Ach, du hattest es nicht. Ich sehe da schon wieder... So, das hätten wir. Hoppla. Ein verdorbenes Kleinhirn. Ja, pff. Hau ab. Du stirbst jetzt. Danke. Verdorbenes Kleinhirn, sag mal. So. Ja, Jungs. So, komm, stirb. Ach ja, das sieht nach Stress aus. Hau ab. Hau ab. Hau ab, sag dich. Ach, Mann, ey. Das mit der Maus ist scheiße. So. Mal eben hier so und dann jetzt mal so. Lass das. Lass das, sagte ich. Ja, nein. Ja, ja, mach du mal. So. Das war einer davon. Das ist ja mal noch zwei hier. Irgendwie mag ich oder so. Ich habe keine Ahnung. Komm ran. Komm ran hier. So, der erste ist weg. Du auch. So, das blaue Ding können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, super. Und hier bin ich nicht richtig. Da ist ja wieder ein Trauer. Wohl doch irgendwie schon. Ja. Okay. Ich weiß mal so gar nicht, was mich jetzt hier erwartet. Nun gut, wir werden es sehen. Okay. Na, wenn es sonst nichts ist. Geht doch. Ja, auch wenn es ging, heißt es ja nicht, dass da mit Feierabend ist, wie es aussieht. Alter, ich glaube, es hackt. Ich sollte mal schnellstens ein Heilt annehmen. Alter, warum haust du meinen Zauber nicht raus? Kann man das mal einer verraten? Hoppala. So, Jungs. Hier. Oh nein. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Was haben wir hier denn? Wirbelwind, Sperrfeuer. Ja, ja, okay. Keine habe ich ja bereits erlernt. Das hat mir jetzt aber mal gar nicht gefallen. Schweren ist nur 133, aber die sollten wir einfach mal anlegen, weil wir es können. Da habe ich ja eben richtig Prüge bezahlen. Ich glaube, ich werde den auch wieder zurück wechseln. Dann werden wir hier mal. Sperrfeuer haben wir. Bla. 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 Nein. Ich habe in meiner Aufnahme jetzt gerade keinen Sprung. Wie sieht es denn aus hier? Den würde ich gerne auf jeden Fall upgraden. Den würde ich auch, aber da reicht es nicht mehr. Den upgraden wir mal ab. Warum auch immer der von mehrfach nicht parat war? Äh. La, 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 la. Kann ich nicht mehr. Okay, den Rest gehen wir verticken. Nein, von dem will ich nichts. Ähm, da wollte ich hin. Was haben wir hier? Das haben wir hier. Bronzerring. Nein. 14% Schaden an menschlichen Gegner. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Dann legen wir den mal an. Auf weg, auf weg. So. Wie sieht es denn aus? Hast du irgendwas Schickes für uns? Ja, aber das ist alles jetzt nicht wirklich dolle. Kann man jetzt echt nicht sagen. Hm, das ist jetzt alles nichts, was ich noch nicht kenne. Kann man jetzt nicht wirklich brauchen. Gut, das Problem ist, dass ich den Eindruck habe, ich konnte mal kleiner Gesundheitsdrang, mittlerer Umbartrank, was habe ich denn hier? Schon einen mittleren Umbartrank, den packe ich hier aber jetzt mal rein. So. So ein bisschen Beweglichkeit bringt uns hier auf jeden Fall noch vorne. Was haben wir denn? Äh, tragen wir gerade keine Waffe? Da auch, warum wird sie nie angezeigt? Da ist er ja. Hm, naja, muss ich nicht verstehen. Hm, defensiv. Da haben wir Blitzwiderstand drauf. Damit können wir drei reinmachen im defensiv. Das macht er dann plus mehr drauf geschissen. So, dann machen wir hier defensiv. Giftwiderstand, Feuerwiderstand wäre schön. Sieht aber nicht so gut aus. Ich glaube, da haben wir nämlich auch alle verbraten, die wir hatten. Ja, nur gut. Da war noch ein Blüchlein, oder? Ja. Ja. Okay. So. Da können wir nichts machen. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay. So, dann, wo müssen wir denn... Ach, du ahnst es nicht. Da kann ich nicht hin, ne? Ein Träumchen. Ach ja. Also müssen wir da wieder ganz hinrennen. Es ist gerade ein bisschen nervig. Bevor ich da gleich irgendwo da bin, oder ankomme, werde ich auf jeden Fall ein Portal setzen. Statt Portal. Vorher werde ich mich an euch... Ach, geht von oben nicht, oder was? Ich glaube, das ist ja alles nicht. Doch. Ich werde mich an euch gerechen. Ihr habt das nicht anders verdient, ihr Schweine. Ihr seid schuld. Alle miteinander hier. Und du auch, wenn du erst. Und du erst... Sag mal, gibt's denn das noch? Meine Rache ist damit zwar noch nicht müde getan, aber gut. Irgendwo war doch hier eine Brücke, oder nicht? Ist die weiter im Norden? Irgendwo muss ich da doch rüberkommen. Da ist sie doch. Ja, ich gucke gerade mal so nebenbei. Ich habe schon eine Anzeige auf meinem Monitor, wo ich gucke, wie lange ich schon aufnehme. Wie groß die Datei ist. Wie groß die Datei ist und auch wie viele Frames sind. Also man muss ganz klar sagen, an der Performance könnten sie noch ein bisschen arbeiten. So. All die Wall, wenn ich so gucke. Ich habe eine 1080 Ti, spiele auf 4K und habe alles an. Komme so auf 50, naja, wenn es so viele, 50 Frames. Gut, ich habe G-Sync in meinem Monitor, von daher ist das jetzt nicht ganz zu gravieren. Aber da dürften sie, ich hoffe, dass da in Bezug... Alter, gehen wir hier auf die Zeit. Weg. So, Level 14 ist erreicht. Das ist gut. Tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. dann gucken wir doch mal nach den bogen haben wir das wollte ich jetzt nicht so was kann die denn so da ist er oder nicht 39 bis 72 da ist der bogen aber besser schatten schaden dann nehme ich doch wieder nehmen wohl da kann hätte ich was einbauen können jetzt ist auch egal was da denn kiste man muss natürlich aber den leuten rumschlagen aber ich finde das kann jetzt allein aus frust ich weiß nicht nur das ist hier denn Party mhm hau ab hau ab abhauen auch das buch nehmen wir auf jeden fall mit hier hallo buch blitzschlag hinnehmen ich will die kiste da haben war doch eine kiste da ist jemand auch bogen des ritters in gold in naja die piri ein. Hau ab! na was hat man da noch schönes ja ja ich bin ja gleich aber ich habe mich immer noch jetzt jetzt komischerweise schnauze der ist auch thematisch durch lalala das gold nicht mehr mit jetzt wollte ich nach dem bogen gucken ja den kann man auf jeden fall nehmen so dann gucken wir weiter tag die an so was ist noch so geflissene für die gegner gewinnen macht er war schon durch so langsam sicher für müssen wir wieder da hinkommen wollen halbücher so stand rechtlich erschossen den penner ich hoffe das ist ein portal auch irgendwie irgendwie dass ich habe das demnächst sein wird schiff sie bald mal alter das nicht nett der verlangsamt mich hau ab arschloch das war so klar wie kann ich da immer nur daneben er war schon tot der wusste es nur noch nicht weiter da ist aber böse 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 wir machen meinen anderen weg ihr habt da kein bock drauf auf ladung so haut ab so du blödes gehören so da haben wir noch die genau noch mal eben die wollen wir gar nicht wir müssten eigentlich fast da sein bis kurz vor sich diese folge noch aufnehmen und an der nächsten folge den versuch erneut starten uns einen aufstieg habe ich noch gar nicht gemacht klasse da müsste ich doch eigentlich fast da sein das ist aber auch nervig dass der weg dann doch so weit ist und man sich da wieder komplett durchschnitt zum aua alter nein wie blödes herz scheiß dreck könntest du mal die bereit oder was kommen wird bereit ist noch nie bereit ach man da kommen ja noch mehr kann ich jetzt ne immer noch nicht schuss dreck das was macht das ach leute ja 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 ich habe es verstanden so wie komme ich jetzt dahin wo er da oben ich weiß jetzt gerade nicht na gut ihr lieben ich werde die folge jetzt hier beenden die geht auch schon über 20 minuten und werde mit dem weg dahin finden und dann beim nächsten mal treffen wir uns dann da wenn wir es noch mal probieren bis zum nächsten mal dann tschüss